Ich hätte meinen Pulli ausziehen sollen. Wer hätte es deinen Pulli ausgetragen? Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Scheiße. Du wolltest unbedingt da mitmachen, oder? Oh, total nass. Warum mache ich das eigentlich? Ich werde mich jetzt mal verziehen. Ja, toll. Jetzt kannst du deinen Pulli wieder anziehen. Nee, du musst ja... Das muss nicht irgendwie. Mitgehangeln, mitgepacken. Warum haben wir nicht diese Dinger, wo man so einen Patsch durchgefunden muss? Ich weiß nicht. Warum haben wir nicht so einen Dinger auf dem Dach? Ist das, dass die Bahn ganz schön hoch ist? Kann sein. Was ist denn diese komische Stadt? Das Modell. Das sind die Berge. Boah, geil. Da oben ist Wasser. Oh nein. Warum so jetzt? Nass werden okay. Ja, aber nicht nass werden. Aber nicht nass werden. Scheiße. Ich bin da mal weg.de. Wobei der Haar hört immer nach. Oh, hä? Nein! Ohhhh! Ah! Alter! Ich glaub links ist schweb. Boah! Ich glaub links ist schweb. Boah! Ah! Das war eine Wand! Ja, und das Wasser kam zurück. Und mein Arsch ist nass. Ja, und mein Arsch ist nass. Meiner auch. Zumindest links. Warum sagt mir der Körner, dass da eine Wand ist? Da ist eine Brücke. Oh Leute. Guck mal. Muss ich mal rausfahren? Ja. Oh, hey. Das scheiß Ding da. Na, und da vorne. Na! Fuck! Ich hab kalt. Wasser ist ein bisschen kalt auch. Ist nicht so weit. Schäfer, als kommt hier so ein Boot runter. Dann ist auch die rechte Seite. Alter. Das sind Gleichberechtigungen. Aber mein Arsch ist komplett durch. Mein linke Po wackel ist durch. Willst du mich nur mal kurz mit deinem Probe hinten drunter sitzen? Ja, ich bin gleich gleich gekommen. Ich bin berechtigt. Oh, hey. Nur mein dicker Arsch wird es dann ein Arsch. Mein rechter ist okay. Mein rechter Po. Warum steht da eine Flasche? Was war denn die? So. Tür.